Hallihallo alle zusammen, wir sind hier wieder dabei bei einer neuen Folge Quarzt-Giometrie und wir bauen diesen Noob-Gang und nicht PvP-Spieler, damit wir an die Diamanten kommen und die Spawner abbauen können. Ja, das ist... War gut erklärt, oder? Nein. Ach so. Gott, 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 Gott. Gott. Also, ja, die Eisley ist da ganz fleißig am Bauen, die will ich lieber nicht dabei stören. Nein, solltest du nicht. Ich komme nicht mehr weiter voran, ich habe gerade voll die Probleme weiter fortzukommen, weil ich nirgendwo mehr Blöcke an... an... Dingsten kann. Das war eh ein bisschen verwirrt gewesen, weil ich irgendwie meinen Spitzer weggeworfen habe. Ich kann natürlich versuchen... Oh, kann ich da irgendwo ein Block hinsetzen? Nein, geht auch nicht. Oh, ich traue mich halt irgendwie nicht, irgendwie was zu machen, weil ich eigentlich... Ich schaue mich nicht so an... Ich habe gerade echt Bammel davor, da rauszugehen. Äh, was ist das denn gerade? Zack. Ja, ich versuche mal, in eine andere Weise hochzukommen zu dir. Hier ist doch gar kein Wasser. Ach doch, jetzt auf einmal ist es da. Ich hätte gerne ein Schild. Das... Oh, wenn das das geben würde... Ein Schild wäre wichtig. Nice. Oh, denke ich überlebe das, denke ich überlebe das. Einmal alle die Verbindungen kappen. Ich muss einmal kurz daraus einen Block setzen. Dann kann ich hier weitermachen. Oh, das hat gekleppt. Ich höre die Geräusche. Hm, es ist nicht hübsch. Hm, gar nicht. Okay. Ich muss ja sagen, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich hier was mache. Oh. Lass mich das in Ruhe. Ja, keine Angst. Ich wurde jetzt einmal geschlagen. Wo bist du da? So, jetzt... Ich habe keine Blöcke mehr. Oh, da, das war gar nicht. Ich habe auch genug Blöcke. Ja, nur nicht in der Leiste mehr gehabt. Das war dann ein bisschen... Achso. Scheiße. Ich weiß fast, wie ich das am besten mache. Nein, 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 nein. So mache ich das am besten nicht. Ja, ich bin eine Etage weiter hochgekommen. Also ein... Ein Dingsterbumster. Also ich schlüsse ich leider mal kurz ein bisschen ein, aber irgendwie... Ich kriege mich das ganze Zeit auf, dass da so Wasser von dir kommt. Ich muss... Ich muss nicht, ich muss nicht. Ist okay. Oh. Oh Gott, ich muss gar nicht mehr... Ich muss gar nicht mehr geradeaus. Ich muss einfach... Äh, gar nicht mehr nach oben. Ich muss nur noch geradeaus. Ja. Oh, geil. Ähm, wieso habe ich gerade schon wieder Scham bekommen? Das ist... Ah, du bist exakt über mir. Das ist ja cool. Ich mache das mal anders. Ich mache das nämlich so einfach. Dann... Ups. Dann habe ich immer noch Kontakt zu dir, aber... Ähm, nein. Da kommt das Wasser her. Da. Hm. Bin gerade ein bisschen in so einer... Oh. Oh, oh. Oh. Wieso? Wieso kommen die rein? Wieso kommen die rein? Und ich lecke schon wieder. Ich lege... Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Was ist denn hier los? Was ist denn das? Ja. Ey, das ist so... Aber ich bin mittlerweile... Ihr glaubt es kaum. Ich bin geübt da drin, da hoch zu kommen. Ich verstehe nicht, wieso. Also, es ist Zufall, würde ich einfach mal so behaupten. Aber ich fange... Ich lecke schon wieder so ein bisschen. Ich sehe das schon wieder. Oh, ein Creeper. Den... Habt ihr das gerade gesehen? Oh. War auf der anderen Seite und hat mich fast umgebracht. Also, ich weiß einfach nicht, was hier immer los ist bei mir momentan. Das ist immer abends so ein bisschen. Hm. Naja. Man kann es nicht ändern. Ich sprinte da jetzt wieder hoch, weil ich... Oh, ich... Nein, ich hab das, glaub ich, zugebaut. Du musst dann gleich mal runterkommen vielleicht. Und unten... Ja, das musst du machen. Wenn du unten bei uns in die Reingehe ist und dazu dieser Doppeltruhe gehst, da ist es doch zugebaut, oder? Äh, Spatzel, ich bin gerade extrem beschäftigt. Naja, aber sonst komme ich nicht rein. Mh, mhm, mhm, alles klar. Du weißt nicht, was ich hier gerade durchstehe, oder? Nee, auf dem Wagen nicht. Okay, wo muss ich was machen? Also, da ist doch unten so die Doppeltruhe. Was hast du denn hier gemacht? Was denn? Hier sind voll viele Viecher, die auf dem Trockenen liegen. Zwei waren da. Die mich... Vier, fünf, sechs. Oh Gott, die kommen immer mehr. Oh Gott, die kommen alle von da oben runter. Was treibst du denn? Hä, ich hab alles zugemacht. Oh Gott, da... Nein, da war ein Loch. Und ich bin fast tot. Das war's tun. Ich muss mich kurz recken, nein, da war ein Loch. Guck in der Aufnahme. Check the tapes. Das war zu. Da bin ich mir 100% sicher. Ist da noch Fisch drin? Wo hast du denn unsere Kisten hingebaut? Ich hab nix gemacht. Der Ofen. Der Ofen? Der steht da. Ah, du hast einen Block davor gebaut, okay. Oh Gott, ich... Also, wenn du jetzt da die Lage so im Griff haben solltest, Äh, noch nicht ganz. Ich hab, äh, zweieinhalb Herzen. Ich muss kurz was essen. Ich kann überleben. Okay, wo bist du? Ah, da bist du. Hier unten, da war ja Doppelkiste. Da müsstest du so ein, zwei Blöcke... Oh. Hier war alles voll mit Viechern, weil hier oben in der Decke ein Block gefehlt hat. Hier oben, der Block hat gefehlt. Und da sind Viecher runtergefallen und das war alles voll. Und ich war alleine und das hat wehgetan. Sorry. Kannst du mir meine Sachen schlafen, die da gefehlen können? Oh, ich hab nicht viel. Ich hab das, ich hab das, ich hab das. Und ich hab das. Das reicht. Oh. Ich verstehe das einfach nicht. Ich muss jetzt erst mal recken. Nach dem Schock. Mhm. Ich hab das eigentlich ganz ruhig gemacht und dann hab ich es zugemacht. Und dann bin ich gestorben. Aber jetzt muss ich mal gucken, ob ich... Oh, Gott. Kann ich dir irgendwie... Und zwar, wo? Oh, wo kommt denn der jetzt schon wieder her? Nein, nicht die Frage, nicht die Frage, nicht die Frage, nicht die Frage. Da... Da lege ich noch. Nein, ich lege nicht mehr. Jetzt kann ich das wieder da umbauen, da oben. Obwohl, da sind zu viele Viecher. Ich glaube, ich lass das lieber. Da sind zu viele... Oh, das ist krass. Man sieht einfach überall diese Viecher reindrücken. Ja, ich bin am Spawner. Echt? Ja. Ich bin am Spawner. Ich will jetzt nur noch schnell... Den Feinschliff machen, sozusagen. Mhm. Damit wir dann nicht sterben, wenn wir den Spawner abbauen. Mhm. Ich hab grad versucht, den abzubauen, aber du wirst anvisiert und dann kannst du nicht mehr Dingsen schlagen. Und sowas ist. Ja. Habe ich da einen Block hingebaut? Nein, aber der Diablock hilft mir. Den Diablock, den kannst du doch abbauen. Nein, nein, da hab ich grad dran gebaut, als Brücke. Achso. Achso, ne. Und ich hab ne Steinpicke, da wird mitwärtig kein Diablock abbauen. Hast du... Äh, äh, äh... Ja, doch. Wir müssen ja irgendwie den abbauen. Ja, aber nicht mit ner Steinpicke. Ja, aber... Oh, Mann. Oh, mein Gott. Ach, mit... Ah, wir brauchen... Oh, Eisensprecher. Wir brauchen noch Eis. Oh, wir brauchen noch Eis. Bau doch da was hin, wenn ich da klick. Blöde Kuh. Ich überleg' gerade, ob wir irgendwo Eisen herkriegen können. Oh, wir brauchen noch Eis. Oh, wir brauchen noch Eis, das ist... doof. Ja. Ja. Ich brauch mich mal so an einer World Border so weiter. Ich hab den Spanner abgebaut. Oh, das ist schon mal super. Mhm, das ist... Jetzt brauchen wir nur noch Schlachten. Oh. Oh. Wir brauchen mal hier so an einer World Border bis hin herum. In der Hoffnung, dass... Okay. Ist das nicht ein toller Plan? Okay. Ich hoffe, da sind nicht noch in der Wand oder sonst irgendwo noch mehr Spanner. Hier, D, dich jetzt ab und Block weghauen für dich und mich und draufhauen. Okay. So, irgendwie... Irgendwie... Irgendwie ist noch keiner weg. Äh. Oh. Irgendwie ist... Ich leck' schon wieder. Aber... Ich hau' einfach durch. Na, ich hab' mit dem Block wieder hingesetzt, weil du gesagt, dass du leckst. Ich baue mal selbst weg. Aber... Ganz ehrlich, ich glaube nicht, damit es der einzigste Spanner sein wird. Oder ist. Ist bei dir... Bist du unter Wasser? Ich bin... Ne, bei dir noch. Ja, ich bin unter Wasser. Ja, ich bin unter Wasser. Puh. Oh, ja. Nicht anvisieren weg. Du drückst nicht. Pfeilenbogen wär halt perfekt. Ja, aber leider ist es unter Wasser. Ach guck mal, da... Da sind die Dias übrigens. Wenn wir ne Eisenpicker hätten, dann... Ja. Dann kümmere ich mich mal darum. Ich such mal ein bisschen Eisen. Und du tötest die am besten einfach. Bisschen. Wenn das überhaupt was bringt. Ich versuch's. Ich hoffe, die Spannung nicht nach. Das wär echt nicht gut. Aber... Oder du versuchst halt erstmal einfach nochmal ein bisschen, ähm... Um das zu erweitern, was du hast. Mhm. Also... Ich weiß nur nicht, wohin. Oh nein. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Soll ich jetzt da noch hoch? Oh, WTF. Weißt du, was ich gefunden hab? Da, wo ich vorhin runtergesprungen bin. Glaub ich. Ja. Und hatte... Gab's da, ähm... Eisen noch? Ja, da hatte ich, glaub ich, was in der Kiste gesaved. Mhm. Das wär natürlich super. Ich versuch mich da hinzubauen. Mhm. Oh, ich... Oh, scheiße. Ist okay. Alles gut. Oh, ich... Irgendwie mach ich das Geräusch. Echt... Original... Immer... Mh... Guck mal schon. Also... Was ist das für ein Piech? Was passiert hier? Lass mich doch in Ruhe, du scheiß Dinger, du. Kommt doch her! Ihr traut euch bloß nicht! Oh... Irgendwie... Ja, du, komm, komm, ich schlachte dich. Ich werd ständig wieder von denen zurückgebackt. Mhm. Weil sie mich hauen. Das ist mir jetzt... Das ist nicht gut. Nein. Ich muss kurz was essen. Hab ich noch Fisch? Nein. Okay. Ach, hi! Ich dachte grad, du meinst mit Achheim, wie ich... Und ich hab mich vorher anschaut. Nein, das war einfach. Wir brauchen aber Holz, unbedingt. Ja, Holz haben wir ja noch ein bisschen. Mh... Dann, grad mal ein paar Fische. Hab, mach ich grad. Oder? Hallo? Ich brauch ein neues Steinschwert. Oh, Ben. Warte, die hast du meins? Ne, ich hab mir eins gekauft. Wieso? Okay, versuchen wir weiter da hinzukommen, wo ich war. Ach, Mensch. Habt ihr das grad gesehen? Habt ihr das grad gesehen? Ich... ich glaube, ich bin verrückt. Und wieso bist du verrückt? Bei mir ist grad der Balken... Bei mir ist grad der Balken... Bei mir ist grad der Balken im Ofen von rechts nach links gegangen. Es wurde weniger. Ach, lass dich doch. Ja... Das ist mit dem... Nur das Problem ist... Verhunger habe ich gleich und ich lagel schon wieder. Ich bin draußen, ich bin draußen, ich bin draußen, ich bin draußen, ich versuche wieder reinzukommen, ich versuche wieder, ich bin gleich tot, ich versuche zu überleben, ich bin nicht wieder drin, ich komme nicht in das Loch, ich habe nur noch ein halbes Herz, ich bin wieder drin, ich baue mich ein und ich habe überlebt und hier ist ein Vieh, wenn ich das jetzt schlag, bin ich tot. Okay, warte, ich stöte es. Oh Gott, oh mein Gott. Ich stöte es. Oh mein Gott, ich habe überlebt. Ich bin gleich tot. Nein, nicht sterben. Ich habe überlebt, du hast ein Vieh, ich hatte gerade 200. Wie kannst du mit einem Vieh sterben? Ja. Hallo? Oh ja, ich fresse jetzt halt die Fische so. Okay, gut. Oh mein Gott, war das gerade Action da draußen. Ganz ehrlich, ich glaube, da sind noch viel, viel mehr Spawner. Oh nein. Ich glaube nicht, damit es der einzigste war. Oh, so. Aber wir sind wenigstens bei Diamanten, jetzt brauchen wir einfach nur noch Eisen, ich weiß nicht, wie wir das machen. Oh, da kann man irgendwie Helm oder so wieder zurückschmelzen, nee, oder? Nein. Gerade. Ja, da, wo ich mich hinbaue, wenn ich da hinkomme, dann haben wir genug Eisen. Deswegen versuche ich das ja gerade. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge und vielleicht können wir das so machen, dass ich das da auch gleichzeitig mitmachen kann, dass wir das irgendwie doppelt machen können, dass du immer was abbaust und ich es hinsetze. Und ich glaube, ich war da nicht, wo ich war. Also ich habe das zumindest nicht gefunden, den Eingang, ich habe ihn nämlich gesucht. Achso, okay. Okay, aber naja, wenn da oben irgendwie eine Hürde ist, ist das ja schon mal nicht schlecht, weil dann können wir schon mal da rein und dann vielleicht weiterkommen. Jam, jam. Jam, jam. Wie wäre es denn, wenn wir hier... Was? Ich mache jetzt eine Hühnerfahre. Okay. Nicht hier, nein, du, hau ab. Ich will eine Hühnerfahre machen. Da kannst du doch nicht einfach auftauchen. Dann hast du dich vielleicht in der nächsten Folge machen. Äh, wäre eine super Idee. Okay. Aber dann können die Hühner schon mal groß werden und so, weißt du. Aber die kommen doch hier raus. Ja, deswegen muss ich ja eins tiefer. Dann helft mir da auch. Ja, ich warte. Okay, komm, wir bauen das jetzt zusammen. Wir bauen das jetzt, okay. So, hier, hier haben wir schon mal eine Grundlage für eins tiefer. Wie wäre es denn mit hier? Guck mal, da können sie nicht raus. Warte. Okay. Ich habe was gebaut. Okay, ja, ich sehe es noch nur so halb, glaube ich, gerade. Was denn? Hier. Ja, tut auch die da drin glücklich oben. Nein. Was denn? Ah, jetzt hast du das zugebaut, wo ich gerade einen Block wieder oben hin machen wollte. Die sollen da drin nicht glücklich werden. Oh. Die sollen da drin nur Massenproduktion sein und sowas. Okay. Da müssen wir nur, dass wir aus vier Eiern zwei Hühner bekommen. Ja. Kriegen wir. Werd hier mehr glücklich, glaube du, oder? Ein Huhn. Wir haben ein Huhn und es legt Eier und dann können wir wieder Hühner schmeißen. Stimmt. Mhm. Hühner sind produktiv. Ja. Produktiver als ich oder die, ne, die haben eine höhere Lebenserwartung als ich. So, Funfact nebenbei. Das Erbärmliche ist es, stimmt sogar. Ich gehe am besten in meine Ecke, wo ich mich einfach einbaue. Du kannst mal da unterirdisch noch nach Spawnern gucken. Weil ich glaube, bei jedem Aufgang, es gibt mehrere Löcher aus dem Boden raus, vierer Aufgänge. Und bei jedem Aufgang ist, glaube ich, ein Spawner. Okay, gut. Müssen wir dann mal gucken in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja. Deswegen geht ich vielleicht die Ebene, auf der wir gerade stehen, komplett versuchen, irgendwie trocken zu legen. Hm. Das wäre echt ganz gut. Okay. Dann haben wir schon mal ein, ähm, Ultra-Projekt. Mhm. In der nächsten Folge. Guck mal, wie leicht das hier geht. Ja, leichter, wie wenn du von ein paar Guardians angegriffen wirst zwischendrin. Sorry. Ach, da ist die Border, ist da die Border, ja. Hm, da ist die Border. Ich habe mein Texture Pack erneuert und jetzt sehe ich die Border so schlecht. Ah, das ist natürlich nicht so gut. Oh, oh. So, zack. Okay, alles, wollen wir dann mal die Folge wenden? Ja, kann man machen. Du bist dran, oder? Bin ich dran? Ne, du bist dran. Ach so. So, ja, dann wünsche ich euch, äh, viel Spaß und schaltet beim nächsten Mal ein und habt euch alle lieb und seid nicht mad und, und, und. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Und dafür, dass ich die nächsten Folge endlich mal, endlich mal weniger sterbe. Nein, den greif ich nicht an den Schnell. Wo ist er denn? Ähm, der ist da hinten bei dir. Ja, ja, ja. Ich hab ihn ja schon umgebracht. Ich brauch trotzdem noch, ähm, Holz. Der lebt noch, der lebt noch. Der lebt noch. Der lebt nicht mehr. Der lebt noch. Der ist tot. Und ja, bietet alle dafür, dass ich weniger läge. Oh, jetzt, jetzt. Das war jetzt der Fight. Okay. Und bietet dafür, dass wir viele Hühner bekommen. Ja, ganz viele Hühner. Aber das Problem, ja, wenn wir Hühner haben, ist das auch wieder das Problem, äh, wie sollen wir sie braten? Hast du jetzt den Fisch genommen, wo in dem Ofen war? Nein. Oh nein, ein Stick geht nicht. Ich ess die Fische jetzt hoch. Die haben noch Holz. Die haben noch Holz für uns schon. Das brauchen wir für Werkzeuge. Nein, das wollen wir jetzt nicht überwenden. Ja, wir beenden sie. Also macht's gut. Tschüss. Das wird so zu lang. Tschö. Ja.